diese reihe heißt ja meditation in wilden zeiten und in wilden zeiten da ist es sinnvoll ein bisschen intelligent zu sein was immer dass das an auch heißen mag und das möchte ich heute so ein bisschen aufdröseln was intelligenz bedeuten kann und dazu möchte ich erst mal einen fall erzählen von einer wirklich wilden zeit da gibt es nämlich eine kleine geschichte die mir total gut gefallen hat die geht nämlich so ein mann flog in einem flugzeug unglücklicherweise viele aus dem flugzeug glücklicherweise trug einen fallschirm unglücklicherweise war der fallschirm nicht richtig gepackt worden und öffnete sich nicht glücklicherweise war ein großer heuballen in dem feld unter ihnen unglücklicherweise stach eine spitze heugabel genau nach oben aus dem heu glücklicherweise fiel der mann nicht auf die heugabel unglücklicherweise viele auch nicht ins heu diese geschichte ist für mich so signifikant für wilde zeiten es ist nämlich so richtig schönes beispiel wie man seine intelligenz benutzen kann und zwar ist es so du bist in plötzlich in der situation die wirklich blöd ist der mann fällt aus dem flugzeug das ist einfach eine blöde situation was heißt es denn in diesem moment intelligent zu sein zunächst mal heißt es präsent zu sein hier zu sein was dieser mann macht mit glücklicherweise und unglücklicherweise und hin und her ist sich die chance zu nehmen genau hinzuschauen was jetzt in diesem moment ist diese chance erfällt aus dem flugzeug und es ist natürlich nicht so einfach in so moment präsent zu sein und dann dann kommt das nächste dann muss man nämlich das falsche als falsch erkennen und das falsche in diesem fall ist die hoffnung du fällst und fällst und fällst und fällst und ja bist vielleicht präsent aber sagst hoffentlich kann ich da auf innen heuballen fallen oder mein mein fallschirm funktioniert hoffentlich und nein große enttäuschung das nicht und das nicht die wahrheit ist in diesem moment falle ich aus dem flugzeug und bin dabei zu sterben das ist die wahrheit und ich fliege da gibt es nichts anderes dazu zu sagen das ist die wahrheit und dann kommen wir zu dem dritten punkt von intelligenz und zwar bedeutet es verstehen wollen verstehen zu wollen was das denn heißt in dieser situation zu sein also eigentlich die ganze situation erfassen zu wollen verstehen zu wollen ich fliege hier aus diesem flugzeug ich bin in einer furchtbaren situation ich habe angst und nicht vor der angst davon zu laufen sondern sie wirklich wirklich in der tiefe zuzulassen und sie anzuschauen also sozusagen sie durchdringen zu verstehen dass ich angst vor dem sterben habe jeder hat angst vor dem sterben aber wenn so eine situation kommt dann ist es die gelegenheit genau hinzuschauen und keine angst zu haben sondern das zu durchdringen diese ängste zu durchdringen präsent zu sein und dann kommt der nächste punkt was intelligenz ausmacht nach hier sein nach das falsche als falsch erkennen und verstehen wollen ist der vierte punkt von intelligenz nach innen zu gehen zu sich zu gehen still zu werden entspannt zu sein in sein herz zu gehen loszulassen da zu sein mit seinem herzen und so ist es vielleicht wenn du das schaffst in dieser situation oder ich wenn ich da fliege aus dem flugzeug in der luft bin womöglich sehe ich in diesem moment plötzlich die große weite die große schönheit wenn es so ist wie heute ist es ein einziges glitzern an sonne ist es ganz wunderbar und vielleicht kann ich in diesem moment das wirklich genießen zu fliegen selbst wenn der tod wartet der tod wartet immer der wartet auf jeden von uns immer und jederzeit aber diesen moment den kann ich noch genießen und der fünfte punkt ist dann die durchdringung meines herzens und zwar bedeutet es tiefer und tiefer und stiller und stiller zu werden loszulassen und womöglich wirst du dann zum himmel selbst zur weite selbst zur größe selbst diese fünf punkte die kann man natürlich überall üben da muss man sich nicht aus dem flugzeug raus stürzen jeder kennt genug wilde zeiten wo die drame nur so an die tür klopfen und immer da sind benutze diese fünf punkte also ich sage sie noch mal hier sein erkennen was falsch ist und dem nicht zu folgen sondern der wahrheit zu folgen also die wahrheit zuzulassen das bedeutet eine öffnung nicht bewerten entspannung der dritte punkt verstehen wollen also nicht davonlaufen wenn schwierige situationen sind sondern sie erkennen wollen das bedeutet jetzt nicht therapie zu machen und zu sagen weil ich in meiner kindheit immer flugangst hatte deswegen habe ich jetzt angst hier runter zu fallen darum geht es nicht sondern die angst an sich jetzt wie sie in diesem moment da ist zu durchdringen und womöglich entsteht dann liebe aus angst aber dazu muss man die sozusagen erkennen wollen verstehen wollen reinschauen wollen das unbekannte erforschen wollen das ist also der dritte punkt der vierte punkt ist dann nach innen zu gehen zu seiner entspannung zu seiner liebe zu seiner stille und dann schließlich im fünften punkt dort in mehr und mehr einzutauchen dieses zu durchdringen und dann schau mal ob die wilden zeiten noch wirklich wild sind womöglich entsteht ein tiefes verständnis über die zusammenhänge im leben